Hallo und herzlich willkommen bei Share & Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute veröffentliche ich hiermit die 50. Folge im Share & Grow Podcast, also sowas wie ein kleiner Geburtstag meines Podcasts und ich bin stolz wie Oskar und freue mich tierisch. Dass du immer noch dabei bist oder dass du schon dabei bist und weil du dabei bist und zuhörst, habe ich ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, aber dazu sage ich am Ende ein bisschen mehr. Jetzt erstmal zum Thema. Und zwar hatte ich letzte Woche Marc, den Mitgründer von Litza, im Interview und Marc hat in unserem Interview etwas erwähnt, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar hat er über die drei Grundzutaten für erfolgreiches Unternehmertum gesprochen. Naivität, Wahnsinn und Mut. Und ich fand diese drei Zutaten super spannend und auch inspirierend und habe mich deshalb nochmal drangesetzt zu reflektieren, was heißt das eigentlich und was meint er damit und wie können wir auch in jedem anderen Lebensbereich, nicht nur wenn wir Unternehmer sind, von diesen drei wunderbaren Zutaten etwas Positives abgewinnen. Zum Ersten zur Naivität. Ich finde, naiv sein ist häufig etwas, was als beleidigend gesehen wird. Wenn du aber einfach mal aus der Box denkst, dann kann naiv auch einfach mal heißen, keine Angst zu haben. Naiv sein bedeutet, keine Angst davor zu haben, welche Kritik kommen kann. Keine Angst davor zu haben, welche Regeln oder Auflagen kommen werden. Und zeitgleich auch ein gewisses Vertrauen zu schenken, dass alles, was dann kommt, schon irgendwie laufen wird und du es gewuppt bekommst. Und diese Einstellung, sich von Angst freizumachen aufgrund einer gewissen Naivität, einfach mal zu sagen, ja gut, wenn dann halt irgendwelche Auflagen kommen. Ich musste gerade im Food-Startup-Bereich wie bei Marc darüber nachdenken, dass da ja bestimmt krasse Auflagen herrschen, wie welche Hygienestandards einzuhalten sind. Und dann, wenn du das einfach mal abstellst und denkst, ach ja, das packe ich schon alles und das ist gar nicht so schlimm und so eine Prise Naivität mit reinbringst, dann fängst du an zu handeln. Und das liegt einfach daran, weil das, was dich häufig vom Handeln und von der Umsetzung abhält, ist Angst. Und wenn wir naiv sind, schalten wir einfach mal unsere Angst aus. Und deshalb ist das keine Naivität im blöden, beleidigenden Sinne, sondern Naivität, einfach mal so ein bisschen kindlich sein und mal darauf zu vertrauen, dass das, was kommt, irgendwie schon klappen wird. Und das fand ich halt einen super spannenden Gedanken. Und das lässt sich auch in jeden anderen Lebensbereich übertragen, einfach mal zu denken, ja gut, wenn ich jetzt den Job wechsle, das wird schon alles irgendwie klappen. Oder wenn ich umziehe, das wird schon klappen. Und einfach mal die Angst einfach rausnehmen. Die zweite Zutat ist der Wahnsinn. Und Wahnsinn ist für mich sowas, einfach mal größer zu denken, als du es vielleicht in der Uni, in der Schule oder in deinem Umfeld gelernt und mitgegeben bekommen hast. Einfach mal irgendwie rumzuspinnen, was deine Fantasie betrifft, kreativ sein und einfach mal diese Schranken im Kopf abzubauen beziehungsweise gar nicht erst aufzubauen, von denen du dich abhalten lassen könntest. Und eventuelle Mauern und Schranken im Kopf einfach mal einreißen mit Hilfe deiner Fantasie und rumspinnen, was passiert, wenn du bestimmte Dinge zu Ende denkst und dann halt eben auch ausprobierst. Und das ist meiner Meinung nach so dieser Wahnsinn. Einfach mal größer zu setzen, Ziele höher zu setzen, größer zu denken und Ziele höher zu setzen, als du es gelernt hast, gewohnt bist oder Ähnliches. Und eine Prise Wahnsinn mit reinzubringen. Und auch das hilft dir nicht nur im Unternehmertum, sondern in allen anderen Lebensbereichen, um deine Kreativität einzuschalten. Die dritte Zutat, die Marc uns genannt hat, war der Mut. Und Mut ist für mich auch tatsächlich das, was schlussfolgernd nach Naivität und Wahnsinn kommen muss. Denn du musst den Mut haben, diesen Wahnsinn und diese Naivität einfach mal nach außen zu kommentieren, beziehungsweise nach außen zu tragen. Und wenn dann genau die Dinge auf dich einprasseln, die du durch Naivität und Wahnsinn ausgeschaltet hast, wie eventuelle Kritik oder Auflagen oder Regeln, einfach den Mut zu haben, da drüber zu stehen. Und auch durch Wahnsinn und Naivität und dadurch, dass du dir ausgemalt hast, was passieren kann, wenn du mal über deine Grenzen springst, eine Kraft entwickelt zu haben, dass du auch über diese eventuellen Hindernisse steigen kannst, wenn sie denn dann kommen. Und dass dein Mut dir dabei hilft, die Kraft zu entfalten, die du eigentlich durch diese Kreativität entwickelt hast. Und Mut ist deshalb für mich, was am Ende ganz, ganz wichtig ist, weil du kannst rumspinnen in deiner Fantasie und du kannst auch deine Angst mal ausschalten. Und dann brauchst du aber Mut. Das heißt, du musst was finden, was dich so begeistert, wenn du es dir ausmalst in deinem Kopf, dass sich in dir eine Kraft entwickelt, die dir Mut gibt, auch Kritik gegenübertreten zu können und auch manche Kritik annehmen zu können und auch manche Kritik links liegen zu lassen. Und deshalb finde ich, sind Naivität, Wahnsinn und Mut super, super schöne Zutaten, nicht nur für Erfolg im Unternehmertum, sondern generell für Erfolg im Leben und auch für Erfolg im Thema Veränderung und Weiterentwicklung. Ich hoffe, dass meine Gedanken zu diesen drei Zutaten dir helfen, mal was Neues zu wagen oder dich mal zu trauen, über bestimmte Grenzen hinaus zu denken und auch zu handeln. Und ich danke ganz besonders dem Marc für die Inspiration, weil er mit seinem Interview einfach diese drei Zutaten erst mal in meinen Kopf gesät hat und ich das jetzt mit meinen Gedanken ausgebaut und gefüllt habe und es einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt komme ich am Ende dieses Monday-Specials noch zu meinem Geschenk. Und zwar möchte ich, wie ich ja schon am Anfang angekündigt habe, bei dir bedanken, dass du meinen Podcast hörst. Und dieses Monday-Special ist ein ganz besonderes Special, weil es eben die 50. Folge ist und ich so dankbar bin, dass du immer dabei bist. Und es ist mir einfach eine Ehre, dass du immer wieder zuhörst und mir deine Aufmerksamkeit schenkst und mir auch deine Zeit schenkst, in der du zuhörst und deine Fragen sendest etc. Und deshalb habe ich Folgendes für dich vorbereitet. Ich lade dich zu meinem ersten öffentlichen Vortrag in Köln ein und zwar kostenfrei. In den Shownotes findest du einen Link zu einer Seite, wo alle weiteren Infos stehen, also das Datum, wo das Ganze stattfindet etc. Und wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich einfach über diesen Link zu meinem Newsletter an und du bekommst kurz vor der Veranstaltung, die am 29.06. freitagsabends in Köln stattfinden wird, nochmal eine E-Mail mit allen Details. Und ich freue mich so mega, wenn du dabei bist und wir uns mal persönlich kennenlernen können und ich dir noch ein bisschen was zurückgeben kann, indem du auch mal live erlebst, wie ich über bestimmte Themen spreche. Das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. Das ist einfach so ein Get-Together an dem Abend, also ein Share-and-Grow-Meetup. Ich halte einen kurzen Impulsvortrag zu einem bestimmten Thema und danach können wir uns einfach ein bisschen kennenlernen bei dem einen oder anderen Getränk. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich bitte an, damit ich auch mit dir planen kann und eine ungefähre Personenanzahl habe. Und ich freue mich tierisch, wenn du am Start bist und du kannst das auch gerne auf Social Media unter meinem Beitrag von heute kommentieren, dass du dabei bist und auch gerne noch jemanden mitbringen oder Ähnliches. Nur denk dran, dass ihr euch über den Link, den ihr in den Shownotes findet, anmeldet. So, und jetzt wünsche ich dir einen superschönen Start in die Woche mit diesem Montag. Ich freue mich über dein Feedback zur Folge wie immer und ich freue mich auch über eine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Social Media folgst. Bis wir uns das nächste Mal hören oder dann vielleicht sogar persönlich kennenlernen am 29.06. wünsche ich dir alles, alles Gute. Share & Grow, deine Muriel